Wir haben mit Folgen bisher zwei Dinge gemacht. Wir haben uns einmal ganz am Anfang ein paar sehr konkrete und im gewissen Sinne sehr einfache Beispiele angeschaut, die harmonische Folge, eine konstante Folge, und haben wirklich anhand der Definition uns überzeugt, dass sie konvergieren. Und dann sind wir eben den größten Teil der Stunde ein paar wichtige Folgen durchgegangen. Da haben wir nichts weiter gemacht, als mit dem Taschenrechner rumexperimentieren. Und im Endeffekt müssen Sie mir da glauben, dass das, was da rauskommt, rauskommt. Was wir jetzt aber machen wollen, habe ich schon angekündigt, dass wir wirklich mal sehen, wie wir methodisch an Folgen rangehen können, unter der Voraussetzung, dass wir schon ein paar kennen. Und da gibt es eigentlich in der Praxis nur zwei Methoden. Die eine ist, dass man die Folge, von der man wissen möchte, ob sie konvergiert und gegen was, zwischen zwei Folgen einklemmt, von denen man schon weiß, dass sie konvergieren. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die kommt dann danach, ist die, dass man die Folge, die man betrachtet, dass man von der erkennt, dass sie quasi zusammengebaut ist aus anderen Folgen, die man schon kennt. Zum Beispiel Summe, Produkt, Quotient von bekannten Folgen, sodass man die in ihre Stücke zerlegt und an diesen Stücken dann jeweils sehen kann, konvergiert das oder nicht und gegen was. Also erster Fall, was ich eben schon sagte, das Einklemmen von zwei Folgen, ist eigentlich grafisch auch relativ klar. Die Vorstellung ist die folgende. Sie haben eine Folge, ich nenne die mal Cn, von der würden Sie gern wissen, ob die konvergiert und gegen was. Wissen Sie aber nicht. Was Sie aber irgendwie durch Rechnen und sich Überzeugen hinbekommen können, ist das folgende. Sie können diese Folge einklemmen zwischen zwei anderen Folgen. Und zwar so, dass Ihre Folge immer zwischen den beiden anderen Folgenwerten liegt. Das heißt, Sie finden eine Folge, die nenne ich mal An, die ist immer ein bisschen kleiner als das, was Sie haben, oder höchstens genauso groß, und eine andere Folge, die ist immer ein bisschen größer als das, was Sie haben, oder höchstens genauso klein. Und zwar nehmen Sie da nicht irgendwelche Folgen, das wäre ja langweilig, sondern Sie nehmen zwei Folgen, die Sie schon kennen und von denen Sie wissen, die erste Folge konvergiert und die zweite Folge konvergiert. Und diese beiden Folgen konvergieren gegen denselben Wert, das ist wichtig. Gegen denselben Wert nennen wir ihn mal C. Wenn Sie das hinbekommen, dann muss diese Folge cn auch gegen C konvergieren. Und das wollen wir uns jetzt mal klar machen, was das bedeutet. Sie haben hier irgendwo auf dem Zahlenstrahl Ihr C liegen. Und die erste Folge an, die konvergiert gegen C. Die zweite Folge bn konvergiert auch gegen C. Und an dieser Gleichung sehen Sie, dass diese beiden Folgen immer so verlaufen, dass die an-Werte immer links von den bn-Werten liegen. Also wenn ich das hier vielleicht mal blau male und das hier grün male, dann wird das irgendwie so aussehen, dass diese a-Werte sich dem Punkt c hier annähern. Vielleicht so von links, vielleicht sind sie auch mal rechts davon. Aber sie kommen langsam dem c immer näher. Und diese b-Werte, die müssen sich auch dem c annähern. Allerdings so, dass immer die dazu passenden a-Werte weiter links liegen. Das heißt, im Wesentlichen wird das so aussehen, dass das c von rechts drauf zukommt und das a von links drauf zukommt auf den Wert. Wir gehen ja beide zum selben Wert. Und die interessante Aussage ist eigentlich nur, dass unsere c-Werte immer zwischen diesen beiden Werten liegen. Die sind eingeklemmt. Das heißt, wenn die beiden immer dichter an das c rankommen, dann bleibt dem der Folge dazwischen gar nichts anderes übrig, als auch immer dichter an das c ranzukommen. Also muss sie zwangsläufig denselben Grenzwert haben. Ich kann ja später sagen, ich nehme um das c rum wie üblich unser kleines Stückchen und ich kann dieses kleine Stückchen so wählen, dass in dem Stückchen alle a-Werte und alle b-Werte ab einer bestimmten Stelle liegen. Und weil c immer dazwischen liegt, müssen auch alle c-Werte dazwischen liegen ab einer bestimmten Stelle. Das heißt, c muss auch dagegen konvergieren. Also ich will das nochmal hinschreiben. Das nennt man das Vergleichskriterium. Das kann man folgendermaßen formulieren. seien a, n, b, n, c, n Folgen von reellen Zahlen. Und in diesem Fall ist es wichtig, dass wir wirklich von reellen Zahlen sprechen, weil wir ja eben über kleiner gleich gesprochen haben. Und kleiner gleich gibt es ja zum Beispiel bei komplexen Zahlen oder bei irgendwelchen Punkten in der Ebene nicht. Also wenn wir über kleiner gleich reden, dann können wir nur über reelle Zahlen reden. Also wir haben Folgen von reellen Zahlen, sodass diese Beziehung gilt, a, n ist immer kleiner gleich c, n kleiner gleich b, n. Und zwar könnte ich jetzt hier schreiben für alle n, aber es reicht natürlich zu schreiben für fast alle n. Wenn am Anfang die Folge mal nicht zwischen den beiden liegt, macht es nichts. Hauptsache ab einem bestimmten Punkt verhalten die sich immer so. Sodass das hier für fast alle n gilt. Dann gilt die folgende Aussage, wenn die beiden äußeren Folgen a, n und b, n gegen denselben Wert konvergieren, dann auch die zwischen den beiden. Wenn a, n und b, n gegen denselben Grenzwert c konvergieren, dann konvergiert auch die dritte Folge gegen c. Also das ist ein Kriterium, was man häufig ganz gut anwenden kann. Gucken wir uns jetzt Beispiele für an. Ich habe eine Folge, von der weiß ich nicht genau, ob sie konvergiert. Und dann kann ich mir vielleicht überlegen, ob ich die einschließen kann zwischen zwei anderen Folgen, die beide auf unterschiedliche Art und Weise gegen denselben Wert konvergieren. Dafür muss ich natürlich erstmal einen Verdacht haben. Nehmen wir mal sowas hier. Was haben wir hier von der Folge? Wenn ich hier zum Beispiel 0 einsetze, dann habe ich 1 durch 2. Wenn ich hier 1 einsetze, dann habe ich 2 mal 1 plus 1 ist 3. 2 mal 1 plus 2 ist 4. Wenn ich hier 2 einsetze, dann habe ich 4 plus 1 ist 5. Und hier habe ich 6. Also Sie sehen, das geht dann immer so in Zweierschritten weiter. 1 halb, 3 viertel, 5 sechstel, 7 achtel, 9 zehntel und so weiter. Ich glaube, wir haben alle das Gefühl, dass das gegen 1 geht, dieses Ding. Man kann das hier ja so quasi abzählen. Und man würde hier sagen, der Abstand zu 1 ist 1 halb. Hier ist der Abstand 1 viertel. Hier ist er 1 sechstel. Hier ist er 1 achtel. Also eigentlich scheint das klar zu sein. Und wenn wir gleich mit noch anderen Methoden da rangehen, können wir das sogar noch schneller sehen. Aber auch hier kann man jetzt vielleicht mal die Vergleichsmethode anwenden, um zu sehen, wie das geht. Ein Trick, den man hier anwenden kann, ist, dass man das kürzt. Dann sieht man nämlich was, was man vorher vielleicht nicht sehen würde. Ich schreibe mal statt 2n plus 1 durch 2n plus 2, schreibe ich das etwas anders hin. Ich teile Zähler und Nenner durch 2. Also ich kürze. Dann wird aus 2nn und aus 1 wird 1 halb. Also steht hier n plus 1 halb. Und hier wird aus 2n wieder n und aus 2 wird 1. Das ist ja erstmal nichts, was die Sache besser oder schlechter macht. Ich habe es nur anders hingeschrieben. Aber jetzt kann man relativ leicht eine Sache sehen, die ein bisschen mehr ist. Und eine andere Sache sehen, die ein bisschen weniger ist. Oben steht ja n plus 1 halb. Das kann ich ein bisschen größer machen, indem ich da schreibe n plus 1. Also schreibe ich hier n plus 1 stattdessen hin. Das ist ein bisschen mehr. Und auf der anderen Seite nehme ich statt ein halb mehr, ein halb weniger. Dann steht auf der anderen Seite n durch n plus 1. Dieses hier ist die Folge cn, von der ich gerne wüsste, gegen was sie konvergiert. Ich behaupte jetzt, dass das hier meine Folgen bn und an sind, von denen ich schon weiß, gegen was sie konvergieren. Fangen wir mal mit der hier an. Was ist denn n plus 1 durch n plus 1? Das ist 1, ne? Also diese Folge hier hat immer konstant den Wert 1. Also geht die natürlich gegen 1. Und diese Folge hier, n durch n plus 1, kommt Ihnen vielleicht auf den ersten Blick nicht so bekannt vor. Aber ich schreibe die mal anders hin. n durch n plus 1 ist doch nichts weiter als, ein ganz bisschen Bruchrechnung, n plus 1 minus 1 durch n plus 1. Jetzt habe ich nur plus 1 minus 1 geschrieben, dann hat sich nichts geändert. Und jetzt steht hier vorne n plus 1 durch n plus 1. Also steht hier, ich kriege das sonst nicht mehr hin, muss ich wegradieren. Auf der linken Seite 1 minus 1 durch n plus 1. Also das hier ist dasselbe wie das. Und diese hier, die haben wir doch eben gerade gesehen. Das ist 1 minus die harmonische Folge, die wir uns angeschaut haben. Und die geht gegen 1. Also haben wir eine Folge, die immer ein bisschen kleiner ist als unsere Gesuchte, die aber gegen 1 geht. Und eine Folge, die immer ein bisschen größer ist als unsere Gesuchte, die aber auch gegen 1 geht. Woraus folgt, dass dieses Ding hier auch gegen 1 gehen muss. Also das ist ein Verfahren, was man anwenden kann. Tatsächlich ist das aber nicht so bedeutsam, wie das, was wir jetzt als nächstes sehen werden. Die Möglichkeit nämlich einfach mit Folgen zu rechnen. Also zurückführen von Folgen auf bekannte Folgen. Vielleicht erinnert Sie das so ein bisschen an das, was wir im ersten Semester mit endlichen Summen gemacht haben. Da hatten wir für ein paar endliche Summen Formeln, die wir kannten. Zum Beispiel die Gaussche Formel und die geometrische Summe und so weiter. Und wenn wir dann irgendwelche anderen Summen angeguckt haben, dann haben wir versucht, die so umzuformen, dass wir die Bestandteile wiedererkannt haben, die wir schon kannten. Und das Gleiche werden wir mit Folgen auch machen. Dafür muss man natürlich erst mal sich überlegen, was man mit Folgen alles so machen kann. Und das Gleiche wird also von aber auch einmal sein. Vielen Dank.